Ich will Ihnen dazu sagen, weil das ganz wichtig ist, diese Googles und Co. Die sind ja eine neue Zensurbehörde. Die suchen unsere Beiträge durch nach sensiblen Themen, lächerlichsten Dinge, die beanstanden sich und scheinen, das ist überhaupt nicht denkbar beim Privat, weil beim Medienrecht, beim Printrecht entscheidet ein Gericht. Normalerweise, wenn jemand sich beschwert, hat er das Gegendarstellungsrecht oder kann es um Gericht gehen oder bekommt er recht oder nicht. Die Googles schneiden einfach selber Sachen raus aus merkwürdigen, nicht nachvollziehbaren, algorithmischen Gründen. Das ist ein riesiges Medienthema, mit dem wir uns beschäftigen müssen.